Als Nachfolger für Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger folgt der 47-jährige Norbert Totschnig. Der mächtige Bund soll die Ministerwahl abgesegnet haben. Damit hat nicht nur die Tiroler ÖVP ihren Landsmann, sondern auch die Bauern ihren Vertreter innerhalb der Regierung. Seine ersten politischen Schritte machte der Osttiroler Totschnig als parlamentarischer Mitarbeiter im Nationalrat für Georg Schwarzenberger und Assistent der EU-Abgeordneten Agnes Schierhuber. Im Mai 2002 wurde er Generalsekretär der Bauernbundjugend. Seit 2009 ist er im österreichischen Bauernbund tätig, wo er bis 2011 als Büroleiter arbeitete. Anschließend war er als Klubreferent für Ökologie sowie Land- und Forstwirtschaft im Parlamentsklub der ÖVP zuständig. Im Dezember 2013 wechselte er als Referent ins Kabinett von Vizekanzler Spindelecker ins Bundesministerium für Finanzen. Nach Spindeleckers Amtszeit wechselte Totschnig als Referent ins Kabinett von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ins Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Seit August 2017 war Norbert Totschnig Direktor des österreichischen Bauernbunds.